Wenn du dein Zuhause betrittst Wenn du am Tag unterwegs warst und zurückkehrst nach Hause, dann mache daraus ein ganz kleines Mini-Ritual. Geh nicht einfach da hinein und grummel noch ein bisschen und denke, was sonst noch war und dann anschließend wirf deinen Rucksack irgendwo hin, sondern bevor du das Haus betrittst, halte einen Moment inne. Sei dankbar, dass du ein Zuhause hast, ein Dach über dem Kopf, fließend Wasser, Warme und Schutz. Das ist nicht so selbstverständlich. Danke dafür. Sage vielleicht ein paar Mal Danke an die göttliche Mutter. Vielleicht spricht das Mantra Wenn du dann in das Haus hineingehst, stelle dir vor, du wirst jetzt in die Geborgenheit des Göttlichen eintreten. Dann gehe vielleicht zu deiner Wohnung oder zu deinem Zimmer und auch dort noch mal kurz vorher einen Moment innehalten. Eventuell, bevor du in deine eigene Wohnung oder auch bevor du in das Haus hineintrittst, nimm dir auch vor, dass das, was am Tag gewesen ist, sei hinter dir. Und was jetzt zu Hause sein wird, darauf willst du dich einlassen. Und jetzt hängt es natürlich davon ab. Vielleicht wartet jemand auf dich. Auch hier wäre erst mal gut. Einen Moment, schaut euch in die Augen. Einen Moment, umarmt euch. Redet nicht gleich so viel. Und vor allen Dingen, redet nicht so gleich über den Frust des Alltags. Eine Minute spüre das Göttliche im Anderen. Und wenn keiner auf dich wartet, du vielmehr allein lebst, jemand wartet auf dich, nämlich Gott. Vielleicht gehe zu deinem Altar hin. Vielleicht gehe zu einem Bild von einem deiner Meister oder zu einem Bild des Göttlichen. Schaue dort kurz hin und sage innerlich, Om Namo Bhagavati Shivanandaya. Danke für die Führung heute. Und was auch immer ich heute getan habe, bringe ich Gott da. Und was immer ich heute Nachmittag und Abend tue, werde ich auch dir darbringen. Ich habe heute einiges gelernt, einiges gemacht, einiges erfahren. Ich habe Gutes gemacht, vielleicht auch weniger Gutes. Möge alles zum Wohl anderer gereichen und möge ich auch dadurch wachsen. Danke dir für die Gelegenheit zu wachsen. Und dann sage, und jetzt heute Abend möchte ich alles, was ich tue, dir darbringen. Eventuell verneige dich etwas mehr und dann lasse dich ein auf das, was weiter am Tag ist. Das braucht nur 30 Sekunden zu dauern, macht aber einen großen Unterschied aus, insbesondere, statt einfach nur reinkommen, ohne an Gott zu denken. Jedes Mal, wenn du irgendwo ankommst, zu Hause oder auch sonst wo, markiere diesen Übergang von einem Ort zum anderen mit einem Moment Bewusstheit, mit einem Moment der Anrufung der Gegenwart des Göttlichen. Hast du Gedanken dazu? Hast du Überlegungen oder Fragen? Schreibe es doch in die Kommentare. Wenn du diesen Tipp gut findest, dann vergib doch einen Daumen hoch oder Sterne oder teile diesen Tipp, wie auf deiner Facebook-Seite oder Twitter oder wo auch immer sonst. Und wenn du andere Gedanken hast, dann schreibe auch einen Kommentar. Weitere Tipps zur Spiritualisierung des Alltags gibt es auch auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev. Hinter der Kamera Nanda. Dies ist einer der Vorträge zum Thema Spiritualität, Spiritualisierung des Alltags. Ein Vortrag im Rahmen der Bhakti-Yoga-Serie. Wiederum ein Teil der Yoga-Vidya-Schulungsserie. Einige hundert Videos, wie man Yoga in den Alltag bringen kann und wie der ganzheitliche Yoga-Vidya-Weg funktioniert. Auch eine Inspiration im Rahmen der zweijährigen Yoga-Lehrer-Ausbildung von Yoga-Vidya.